Fantasy-Zeit auf Anixe. Als die Königsfamilie Nachwuchs erwartet, hofft das Reich auf einen männlichen Erben. Majestät, die abgabe der Schlangen ist unmissverständlich. Ihr werdet endlich einen Erben haben. Stattdessen bringt seine Frau Prinzessin Fanta Quiroz zur Welt. Die junge Prinzessin widersetzt sich ihrem Vater und erlernt im Schutze der Wildnis das Kämpfen. Fanta Quiroz! Oh nein, deine wunderschönen Haare! Das einzig Scharfe, was du von nun an in die Hand nimmst, ist ein Schwert. Prinzessin Fanta Quiroz Teil 1. Heute um 21.15 Uhr auf Anixe.